Das Buch Ruth Auf das Buch der Richter folgt das Buch Ruth in der Bibel, über das wir heute sprechen wollen. Doch zunächst noch ein Wort über die Richter. Der berühmte Bibelausleger Schofield sagte über das Buch der Richter, Richter wird so genannt, weil es den Bericht über die Tätigkeit von zwölf Männern und einer Frau gibt, die als Richter bezeichnet werden und von Gott erweckt wurden, um Israel nach dem Tode Josuas in Zeiten des Niedergangs und der Uneinigkeit zu befreien. Keiner der Richter war zu einer Führung fähig, wie sie Joshua ausgeübt hatte. In diesem Buch wiederholt sich der vierfache Kreislauf, der in Israels Geschichte mehrmals vorkommt, nämlich Auflehnung gegen Gott, Strafe oder Vergeltung, Buße und Wiederherstellung. Dieser Kreislauf wiederholt sich allein im Buch der Richter siebenmal. Richter ist ein Buch der Niederlagen. Soweit das Urteil Schofields. Darüber sprachen wir schon im vorigen Kapitel. Das nächste Buch in der Bibel heißt also Ruth. Es gehört zeitlich in die Periode der Richter hinein. Während das Buch Richter uns einen globalen Überblick über die damalige Zeit gibt, so greift das Buch Ruth das Leben einer Familie, ja einer Person, heraus und schildert uns das Privatleben jener Zeit. Ruth ist die Hauptperson in diesem recht kurzen, aber sehr schönen Buch. Sie ist die Großmutter von König David, aus dessen Linie ja Jesus geboren wurde. Vielleicht ist das der Grund, weshalb uns die Liebesgeschichte dieser Frau hier berichtet wird. Die Erzählung im Buch Ruth dreht sich hauptsächlich um vier Personen. 1. Elimelech Er war ein Mann aus dem Stamme Judah und wohnt in Bethlehem. Diese Stadt ist uns ja auch bekannt als der Geburtsort Jesu. Elimelech war verheiratet und hatte zwei Söhne. Zu jener Zeit gab es viele Nöte und Schwierigkeiten im Volk Israel. Oft kamen die Feinde und Nachbarvölker und raubten das schwache Uneinige Israel aus, sodass kaum Nahrung für das Volk Gottes übrig blieb. Elimelech konnte es nicht mehr mit ansehen, wie seine Familie immer wieder Hunger leiden musste. Er wollte arbeiten, selber vorwärts kommen und die Frucht seiner Mühe nicht immer den Feinden überlassen. So war der Entschluss in ihm gereift, ich muss raus von hier, ich muss in ein anderes Land, wo man sicher und in Ruhe leben und arbeiten kann. Eines Tages zog er dann mit seiner Frau Naemi und seinen beiden Söhnen Malon und Chilion nach Moab, einem Nachbarland. Elimelech war nicht ein verantwortungsloser Abenteurer, der es nirgends aushalten konnte, aber sein Entschluss war aus rein materiellen Erwägungen getroffen worden. Durch seine Auswanderung verlor er geistlich gesehen sehr viel. Er wohnte nun in heidnischer Umgebung, fern vom Tempel Gottes. Er konnte nicht mehr an den israelitischen Festen teilnehmen, konnte keine Opfer mehr zur Sühnung seiner Schuld bringen. Seine Kinder und Kindeskinder würden in einer anderen Kultur, Sprache und Religion erzogen werden. Sein Erbteil im Volk Gottes hatte er aufgegeben. Elimelech war kein schlechter Mensch, aber die geistlichen Werte bedeuteten ihm nicht viel. Er sah mehr nach den materiellen Vorteilen. Diese Tendenz ist uns heute nicht fremd. Viele Menschen kehren den geistlichen Werten des Christentums den Rücken und konzentrieren sich auf das Materielle. Für Elimelech hat seine Entscheidung dann auch keinen Segen gebracht und das Gleiche werden alle Menschen feststellen, die so handeln wie er. Die zweite wichtige Person in dieser Erzählung ist Naemi. Sie war mit ihrem Mann mitgezogen, was hätte sie auch sonst tun können. Doch sie hatten noch gar nicht lange in Moab gewohnt, als ihr Mann Elimelech plötzlich starb. Nun war sie Witwe. Und im Ausland war es für sie in dieser Situation noch schwerer, als wenn sie in ihrer Heimat gewesen wäre. Allerdings hatte sie ja noch ihre beiden Söhne. Die wollten scheinbar in Moab bleiben. Es dauerte auch nicht lange, so waren Malon und Chilion mit moabitischen Frauen verheiratet, von denen eine Orpa hieß und die andere Ruth. Die Mutter Naemi blieb bei ihren Kindern, die sie auch recht gut behandelten. Aber die Lage änderte sich, als nach etwa zehn Jahren auch beide Söhne kurz nacheinander starben. So überlebte Naemi ihren Mann und ihre beiden Söhne. Aber nun war sie allein. Was sollte sie nun noch in Moab? Naemi hatte im Ausland alles verloren. Der Abstecher oder die Flucht vor den Schwierigkeiten im Heimatland hat sich für Naemi keinesfalls gelohnt. Fern von Gott, fern von ihrem Volk, war es ihr auch nicht besser ergangen. Sie dachte wieder vermehrt an ihre Verwandten in der Heimat. Für sie blieb nun eigentlich nur noch der Weg zurück. Und so ruft Naemi eines Tages ihre beiden Schwiegertöchter zusammen und will sich von ihnen verabschieden. Orpa ist zwar traurig und weint beim Abschied, aber Ruth, die andere Schwiegertochter, ist entschlossen, Naemi nicht allein zu lassen. Sie will sie begleiten und ihr auch in Israel zur Seite stehen. Es ist Ruth, die diese wohlbekannten Worte zu ihrer Schwiegermutter Naemi sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ihr Entschluss steht fest und so kommt Naemi eines Tages arm, gedemütigt und traurig, zusammen mit ihrer Schwiegertochter wieder nach Bethlehem zurück. Die dritte Hauptperson in diesem Drama ist Ruth. Kaum ist sie mit Naemi in Bethlehem angekommen, so fängt sie schon rührend an, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Da es gerade Erntezeit ist, geht Ruth auf die Felder zum Ehrensammeln. Das ist übrigens eine Beschäftigung, die ich selber noch von der Kriegszeit her in Deutschland recht gut kenne. Ruth verhält sich bei dieser mühevollen Arbeit so korrekt und anständig, dass der Gutsbesitzer, auf dessen Feldern sie hinter den Schnittern aufsammelt, auf sie aufmerksam wird und sie einlädt, weiter auf seinen Feldern zu sammeln und mit seinen Schnittern zusammen zu essen. Er möchte dieser netten, anständigen Fremden etwas Gutes tun. In der ganzen Geschichte wird deutlich, dass Ruth eine vorbildliche, tugendhafte Frau war. Einige ihrer Tugenden wollen wir uns nennen. Es sind Treue. Sie wollte ihre alleinstehende Schwiegermutter unter keinen Umständen im Stich lassen. Dann, sie war verantwortungsbewusst. Es war ihr klar, dass sie als Kind und Tochter, wenn auch nur Schwiegertochter, eine Verantwortung für Naemi hatte. Oh, wenn doch die Söhne und Töchter der Eltern von heute das doch auch so sehen könnten. Und drittens, Ruth war gütig. Sie suchte nicht ihren Vorteil, sondern stand selbstlos ihrem Nächsten in seiner Not bei. Viertens, sie war fleißig. Beim Ehrensammeln sagten die Schnitter von ihr, sie habe von morgen an auf dem Feld gestanden und war wenig daheim. Und dann später sehen wir noch, wie sie ihrer Schwiegermutter gehorsam war, auch da, wo es um ganz private Dinge gibt. Sechstens, Ruts Interesse in geistlichen Dingen dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Elimelech hatte dem Volk Gottes und dem verheißenen Land den Rücken zugekehrt. Ruth hatte nun ihrerseits die Segnungen dieses Volkes und Landes gesucht. Sie hatte ihren Göttern den Rücken gekehrt und fühlte sich hingezogen zu denen, die dem einzigen, wahren Gott dienten. Ruth war wirklich das, was man eine gute, tüchtige, tugendsame Frau nennen kann. Und Gott ließ ihr gutes Herz und guten Willen nicht unbelohnt. Sie fand im fremden Land eine neue Heimat, einen sehr guten Mann, eine Familie und Reichtum obendrein. So belohnte Gott die Frau, die nicht ihren eigenen Vorteil suchte, sondern ihr Land und ihre Familie zurückließ, um ihrer Schwiegermutter zu dienen. Ich bin überzeugt, dass Gott heute auch noch so handelt. Wer etwas aufgibt aus Interesse an Gottes Sache, wird nicht beschämt werden. Die nächste wichtige Person in dieser Erzählung ist Boaz. Boaz ist ein Verwandter von Elimelech und Naemi. Er war ein reiferer Mann mit großem Besitz. Er ließ Ruth in großzügiger Weise Ehren auf seinen Feldern sammeln. Da er ein Verwandter von Elimelech war, hatte er nach jüdischem Recht die Pflicht, die Witwe von Elimelech, also Naemi, zu heiraten, damit sie wieder finanziell versorgt war. Es gab damals keine Sozialversicherung, die sich der Witwin und Waisen angenommen hätte. Das moralische Gesetz sah vor, dass ein Bruder oder anderer Verwandter die Witwe heiraten musste. Naemi, die schon alt war, trat dieses moralische Recht an Ruth ab. Sie sagte also zu ihren Verwandten, ihr braucht mich nicht zu heiraten. Wenn ihr jemandem helfen wollt, dann heiratet die junge Witwe Ruth aus meiner Familie. So kam es dann, dass Boaz die Ruth heiratete. Das Buch Ruth ist eine sehr schöne, saubere Liebesgeschichte, die nach vielen Problemen mit einem Happy End schließt. Aber wir freuen uns sehr, wenn wir Ehepaare wie Boaz und Ruth sehen, beide schon etwas reifer, beide sehr angesehene, tugendhafte Menschen, pflichtbewusst, gewissenhaft, treu und aufrichtig vor Gott. Es ist interessant, noch einmal schnell die Motive zu sehen, aus denen heraus Boaz die Ruth heiratete. Viele Leute haben eine falsche Vorstellung von Liebe und Ehe. Eine Leidenschaft, überschwängliches Gefühl, eine Verliebtheit ist für viele die einzige Basis, auf die sie ihre Ehe gründen. Leider geht es dann meistens nicht sehr lange gut und Liebe schlägt in Gleichgültigkeit und Hass um. Was Boaz zur Heirat mit Ruth bewog, war erstens, dass Ruth eine gute Frau war. Ihre Tugenden waren nicht nur ihm, sondern der ganzen Stadt bekannt. Wenn jemand eine gute, dauerhafte Ehe führen will, dann sollte er nicht nur nach äußerer Schönheit und Anziehungskraft schauen, sondern sich auch das Herz und den Charakter seines zukünftigen Lebensgefährten ansehen. Zweitens heiratete Boaz Ruth, weil sie gut zusammenpassten. Sie waren beide etwas reifer und hatten beide hohe geistliche und moralische Werte. Das ist nicht unwesentlich für eine gute Ehe. Man kann noch so verliebt sein, wenn da nicht eine gewisse Basis des Glaubens, der Kultur und der sozialen Schicht ist, dann hat eine Ehe nicht viel Aussicht auf Beständigkeit und Glück. Drittens war Boaz verantwortungsbewusst. Er heiratete diese Frau, weil er auch eine gewisse Verpflichtung der verarmten Verwandten gegenüber empfand. Wer ein Pflichtgefühl mit in die Ehe bringt, bringt eine gute Voraussetzung für eine gesunde, dauerhafte Beziehung mit. Wer unverbindlich bleiben will und für den Fall der Krise seine Reserven bewahrt, wird unweigerlich in seiner Ehe scheitern. Das Buch Ruth ist eine Liebesgeschichte, aber sie hat uns manche geistliche Lektionen zu geben, besonders für Leute, die selber daran denken, eine Familie zu gründen. Wir beten noch. Herr, du weißt, wie schwer es manchmal ist, den richtigen Ehepartner fürs Leben zu finden. Bitte schenke doch, dass keiner unserer Hörer sein Glück verpasst. Gib aber auch, dass ein jeder in der richtigen Einstellung und nach deinem Willen handeln möchte. Danke, dass du gute Pläne mit unserem Leben hast. Amen.